Okay, hier ist er wieder, der White Doctor, mit Let's Play Summon Knight 2. Und jetzt versuchen wir endlich mal das Ganze zu Ende zu bringen, bevor wir Teil 100 erreichen. So, wir sind hier wieder mal zurückgekehrt, haben einen Teil der Schwerter eingesammelt von unserem Eisabenteuer und wir werden von Gabriel zurückerwartet. Äh, begrüßt meine ich. Willkommen zurück, Ariel and Dinah. Okay, dann machen wir weiter. Der übliche Quatsch, hallo und so, oh ja. Naja, wir haben die Dämonenklinge gefunden, das ist jetzt was, die dritte? Naja, aber passö, einer der Bösewichte ist wieder mal weg. Naja, aber genau, und sie und Getham haben wir wieder mal gefunden. Ja, das ist quasi jetzt nur eigentlich witzig. Es ist gut, dass das alles hier gerade uns so schön erklärt wird, weil es praktisch genau das erklärt, äh, wie, was uns im letzten Video alles über den Weg gelaufen ist. Aus Sicht des Spielers ist das natürlich ein bisschen merkwürdig, weil er quasi vorgekaut bekommt, was er gerade eben gespielt hat. Im Prinzip wird hier also wieder nur eine Menge Zeit vergeudet. Ich meine, ich muss das jetzt nicht mal mehr übersetzen, da es im Prinzip, wenn ihr wissen wollt, was hier steht, könnt ihr eigentlich auch das letzte Video angucken und das Video davor, glaube ich. Ach ja. Okay, jetzt reicht's aber, ah ja, jetzt sind sie dabei, sich wieder gegenseitig zu entschuldigen. Das ist ja auch quasi normal hier. Und jetzt müssen wir unsere Dämonenklinge wieder mal im Dorf vorzeigen. Aber erstmal gucken, was sagt unser Roboter hier? Erstmal Charge Gam, damit wir super Angriffe durchladen können. Nämlich keine Ahnung, ob ich das schon benutzt habe oder nicht. Ja, 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 bla bla bla, die wiederholen einfach nur das Letzte, was wir gesagt haben. Ja, ja, gute Arbeit. Na, danke, Kumpel. Ähm, bin ich müde? Bin ich müde? Ah, haha. Mhm. Gut. Oh ja, ich sehe so aus, als wäre ich müde. Und ich bin berühmt. Na, dann gute Nacht, Leute. Ha! Super Schlaf. Toll. Aber jetzt machen wir uns endlich auf den Weg hier, Leute. Damit es weitergeht. Ah, ja. Da, 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 da. Gott sei Dank. Ah, okay, das war jetzt überflüssig. Pff. Okay, ich muss daran denken, das später auszuschneiden. Aber jetzt... Äh, genau, wenn wir zurück ins Dorf wollen, dann beamen wir uns erstmal in die Anfangswälder zurück. Oh ja, ein kleiner Wurm gefunden. Oh, das macht immer Spaß, alles zu zerstören hier. Ah, ja, ja. Und da war ich wieder mal zu lange. Da kann ich mal kurz gucken, wie rostig ich geworden bin im Laufe der Zeit. Okay. Die sind ohnehin viel zu schwach. Hier sieht man wieder schön, wie wenig Erfahrungspunkte man bekommt, wenn man zu gut geworden ist in einem Bereich. Aber jetzt habe ich schon genug Zeit vertrödelt. Gehen wir mal wieder zurück. Jetzt sind wir wieder im Kliffdorf. So. Haha, ich bin gerade zurückgekommen, du Knilch. Muss ich mich mal wieder hier orientieren? Nee, Angeln haben wir genug gemacht. Ach ja. Interessant, interessant. Schauen wir mal. Ja, ja, ja. Ah ja, genau. Heute hatten wir schon gegen den gekämpft. Heute, also in der Spielzeit meine ich. Ich glaube, heute hatten wir schon eigentlich alles erledigt. Wir haben eine ganze Menge Geld angesammelt inzwischen. Ja, ja, so eine Menge Auswahl. Kristall-Dings da. Das wäre wahrscheinlich interessant. Dazu müsste ich erstmal gucken, was ich eigentlich gerade noch trage. Das Diplo-Bracelet. Was wäre denn da besser als das? Hui, ab nach unten. Ja, Diplo-Bracelet, das war das hier. Plus 5, plus 20. Eigentlich nur minimaler Unterschied. Bisschen mehr Angriffskraft. Gleiche Verteidigung. Das wäre eigentlich auch mal gut. Und natürlich werden wir ja so oft getroffen. Dank meiner Doofheit. Aber gut, wir können es herstellen. So, ich brauche nur eins, Kumpels. Ich brauche nur eins. Jetzt können wir endlich mal was Neues anklinkeln hier. Und unsere Angriffskraft geht ein bisschen nach oben. Mehr passiert nicht. Ich hoffe, ich denke später an, diese ganze Lauferei rauszuschneiden. Okay, jetzt mal... Ah, es geht weiter. Hallöchen, wir sind zurück. Oh, ihr zwei. Oh, ihr habt die Dämonenklinge gefunden. Darf ich sie sehen? Klar. Oh, das Drittel. Fast geschafft. Ah, nur noch eins übrig. Ja, wir haben es fast geschafft. Und anschließend bin ich mal gespannt, ob wir dann ins Endgame gehen. Oder haben wir noch irgendwas zu finden müssen. Oh, jetzt eine Belohnung kriegen wir Süßigkeiten. Wie süß. Ich frage mich, ob das im Original auch Kartoffeln waren. Oh, und es ist schon wieder Abend geworden. Ein weiterer Tag im Spiel geschafft. Ah ja. Sie müssen wieder versteckt sein. Ah ja. Ah ja, ja. Voll gefressen. Bin ja mal gespannt, was jetzt kommt, ne? Ah ja, genau. Ich meine, wir schmieden... Ne, die Schwerter einfach alle unter das Bett. Ach ja. Okay. Hier kommt wieder der Megapunkt. Wo ich im Hauptteil des LPs... ...des LPs immer zu deiner gehe, aber mal später gucke, was mit den anderen so los ist. Dazu speichere ich jetzt mal ab, damit wir später hierher zu diesem Punkt zurückkommen können. Okay, und weiter geht's. Gut Nacht, meine Lieben. Und wieder mal ein Story. Eingriff hier. Schauen wir mal. Ah, es war so anstrengend heute. Ah, dank deiner Engelsseite. Dank deiner Engelsseite. Oh, for me the next time she appears. Äh, dank je für mich. Ist nicht so... Ah, jetzt verstehe ich's genau. Sie hat ein Lied für uns gesungen. Und sie soll ihr... ...für sie danken. Okay. Oh, ja. Manchmal ist mein Englisch wirklich ein bisschen beschränkt. Aber danke. Ha, ich bin derjenige, der dir zu danken hat. Oh, ich bin so glücklich, dass du das gesagt hast. Ich bin glücklich, solange ich dir helfen kann. Ich kann ein Lied singen oder was auch immer tun und so weiter und so fort. Und wieder zurückverwandelt. Oh, bitte. Ich tue so viel mehr, als sie je getan hat. Ich hab gekämpft und so weiter. Na ja, ja, relax. Diese Beschwörer waren ganz schön stark. Nicht wahr? Äh, wenn sie uns mit ihrer ganzen Macht gekämpft hätten, bekämpft hätten, hätten wir niemals gewonnen. Ha, von wegen. Du glaubst also, sie hätten uns quasi Dings strafiziert und... Okay, du sagst, sie hätten es uns leicht gemacht? Vielleicht. Also, Hazara war auch nicht da, um ihnen auszuhelfen. Ha. Sie machte ja nix. Sie war irrelevant. Ich denke, das hätte einen großen Unterschied gemacht. Allein zu kämpfen ist viel schwerer, als mit einem Partner zu kämpfen. Ja, ja, ich denke, dasselbe gilt für mich auch. Ich hätte eine viel schwerere Zeit, wenn du da nicht wärst, um mir zu helfen. Oh, wie süß. Was ich meine ist, wir machen ein gutes Team, nicht wahr? Hm, natürlich. Und es ist wieder Tag. Ding Dong. Nächster Tag. Los jetzt. Die Nähe, jetzt sind wir... Jetzt fehlt nur noch die letzte Dämonenklinge. Dämonenklinge. Ja, genau. Wir sind hart am Arbeiten, um das zu schaffen. Hehe. Oh, wieder mal dieses süße Geplänkel hier. Aber sie muss natürlich wieder meckern. Oh, bitte. Ich brauche dich immer noch. Lass mich nicht im Stich. Haha. Haha, ich hoffe, sie kauft das. Oh, Mann. Ja, ja, ich bleibe. Was, eine Beschwörungskreatur? Oh, oh, Gespräch von unten. Hey, Ariel, kannst du mal bitte runterkommen? Oh, oh, immer ist irgendwas hier los. Ja, ja, genau. Wir sollen nachgucken gehen. Aber ich habe da mal was anderes vor. Ich habe nämlich keine Lust mehr, das Ganze nochmal anzuhören. So, gespeichert. Jetzt gucken wir mal hier, was wir hier machen. Der kann sonst da unten gestohlen bleiben. Wir gucken mal, was wir hier alles haben. Ah, Kristall. Haben wir das schon mal ausprobiert? Anscheinend nicht, das ist noch vollkommen unbekannt. Also mache ich mal einen neuen Speer, wo ich schon mal dabei bin. Und wir kriegen den Kristall, die Kristallpiegel. Na, macht uns auch verdammt langsam, aber hey. Vielleicht können wir die Kristallpiegel nochmal upgraden. So, wir haben noch das und jenes. Ah, verdammt, wir können erst noch mit zwei upgraden. Gucken wir mal, was daraus wird. Zabu. Haha, stärker und schneller. Und hält besser durch. Die Kristallpiegel sind immer noch schlechter als unser Speer. Ah, okay. Das war nicht so gut. Nun bleiben wir bei unseren Kettensägenwaffen und den komischen Speeren. Gucken wir mal. Ah ja, das hatte ich vergessen. Wir können auch nochmal alles reparieren. Und das war's. Weiter geht's. Ah, Story vorwärts Marsch. Oh, Ariel. Ja, ja. Hey, oin. How's it going? Ah, Anführer wurde verwundet. Gabriel wurde verwundet? Was zum Teufel. Ich weiß nicht wie, aber ich hab gehört, dass Gabriel zu irgendeinem Rand unseres Dorfes kam. Und dann... Er hat noch die gerufen, Ariel. Verdammt, irgendwas Schreckliches muss passiert sein. Karas wartet für euch. Bitte, geht zu irgendeinem Stadtrand so schnell wie möglich. Ah, jetzt ist plötzlich eine Stadt. Okay. Und das ist die... Ja, ja, wir kommen mit euch. Das heißt, ihr rennt vorwärts. Oh, neuer Tag, neues Glück. Jetzt müssen wir wahrscheinlich auch wieder für den Knilch hier was finden. Oh, nee, ey. Du hast das schon wieder verloren. Ah. Ah, Händler. Wie geht's dir? Na, warum nicht? Kostet nicht viel. Ich weiß, die hab ich schon besucht. Und was war das, was wir jetzt hier gekauft haben? Ach, nee. Gut für unsere Angriffskraft, aber schlecht für alles andere. Also, lassen wir das. So, kann ich jetzt... Hier hab ich jetzt Glück und finde zufällig, dass... ...was gesucht wird. Oh. Die Familie kriegt ein Kind. Und sie wollen unbedingt Gouda aufhalten, damit das Kind aufwachsen kann. Oh, oh. Was ist das? Schon gefunden. Na, das ging schnell. Ah, gut. Und dafür haben wir einen kleinen Heilgegenstand gefunden. Wenn wir jetzt noch das Katzenproblem genauso schnell lösen können, wunderbar. Dann muss ich mich um diesen Mist nicht mehr kümmern an diesem Tag. So, schnell rein hier. Ja, ja. Und ich soll wieder die Katze suchen. Nicht diese Katze. Nicht diese Katze. Sondern die, die draußen irgendwo rum sitzt. Ach, ja. Gut, dass meine Katze lieber zu Hause ist. Weil, dass ich nicht irgendwelche Fremden rumschicken muss, sie mir wieder zurückzubringen. Na ja, bin ja mal gespannt, ob der im Herr jetzt vorsichtiger ist. Jetzt müssen wir hier lang gehen. Äh, oder auch nicht. Und diesmal kämpfen wir mal diesen, gegen dieses Hasenmonster da hinten. Am Ende des Tages statt am Anfang. Nämlich peinlich, wenn die jetzt stark genug, ja, 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 laber, 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 Fisch, Fisch, Fisch fangen. Oh, bist du dumme Katze. Ich hoffe, ich denke daran, diese 10, wo ich sinnlos herumlaufe, später rauszuschneiden. Ah, ja, du bist wieder mal gierig nach diesen komischen Medaillen. Kriegst aber nur eine. Oh, 19 noch. Heilige Scheiße. Ich weiß echt nicht, ob es sich für mich lohnt, die alle zu suchen. Wenn ich schon Probleme habe, diese dumme Katze zu finden. Hey, gäbe es denn hier was Neues? Bla, 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 bla. Ah ja, ich denke mal. Hier vorne. Ne, halt. Oh, 11. Ich habe 11 gekauft. Okay, das. Ich wollte eigentlich zwei. Na gut. Selber Schuld, sage ich dann. Aha. Na, das wäre doch mal was Gutes. Dafür brauchen wir aber eine Wiewernklaue. Die ich natürlich jetzt verbraucht habe, weil ich so ein dummes Schwein bin. Ein Crystal Bracelet haben wir ja. Jetzt muss ich warten, bis ich eine neue Wiewernklaue gefunden habe. Okay. Na gut. Aber dafür habe ich jetzt einen schönen Speer. Schade nur, wenn wir den jetzt auseinander nehmen. Dann kriegen wir nur die Speerform, aber nicht die Materialien, die ich da jetzt draufgeschmissen habe, wie so ein Idiot. Ah ja, genau. Mit dir wollen wir ja nicht, uns zu sehen, diesmal nicht anlegen. Und leider bist du es auch nicht, den wir suchen. Und hier versteckt sich Gouda. Das wird dann wahrscheinlich der letzte Dungeon sein. Sind wir jetzt beim Pen Ultimate Dungeon oder haben wir es bald geschafft? Ich meine, haben wir es nicht geschafft? Haben wir es geschafft? Das ist wie immer ein Rätsel. Toll. Nett, dass die zumindest mitkriegen, was ich hier mache. Oh ja, 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 genau. Alles ist glitchy. Wenn man darauf ausrutscht, dann tut man sich weh. Ach ja, ich weiß nicht. Ob ihr es nicht verdient habt. Vielleicht sollte ich Gouda einfach mal Gouda sein lassen. Und wie ihr in zwei drangige Godzilla hier mal ein bisschen rumrampagen lassen. Ah ja, aber unsere Handwerksritterin Ariel würde das natürlich nicht zulassen. Ach ja, Rollenspielen. Das ist schließlich nicht so was wie Oblivion oder Skyrim, wo man sich wie ein Arsch benehmen darf. Okay, Mädel, und du bitte fang nicht an, nicht auch noch irgendwas zu verlieren, sonst fang ich an zu schreien. Ja, was sagst du? Ja, 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 ich weiß. Da ist nur noch eine übrig. Und danach müssen wir die vier Rüstungen dazu sammeln. Oh, gefunden. Gut. Ha, geschafft. Ah ja, gut, das gucke ich mir gar nicht mehr erst an. Jetzt können wir mit der Story weitermachen. Wir brauchen schließlich noch Dämonenklinge Nummer 4. Und anschließend brauchen wir die vier Dämonen Rüstungen. Die vier Dämonen Torenschule. Die vier Dämonen Hüte. Ah. Da sind sie wieder alle, was aufs Sammeldet. Jetzt sind wir nur eine Stunde lang quatschen. Ach, geht's dir gut, Anführer? Oh. Gabriel, was ist passiert? Passö ist aufgetaucht. In Bordzaks Blumengarten. Gabriel hat versucht, mich zu beschützen, aber... Oh nein, du wurdest auch verwundet, Xeride. Ich höre schon auf mit den Stimmen. Aber manchmal ist das so albern, da kann ich mich nicht zurückhalten. Ich denke, sie plant irgendwas. Wir müssen sie aufhalten. Ja, William Shatner, ich meine Gabriel. So. Aber zuerst. Du brauchst ärztliche Hilfe. Genau. Wir sollten ihn mit zu uns nach Hause nehmen. Ach, keine Sorge, Ariel. Ihr müsst losgehen und Passö aufhalten. Naja, aber... Also mit der vierten Dämonenklinge. Passö hat irgendwas vor. Wir können ihr einfach zulassen, dass sie tut. Warum? Ihr müsst einen Weltuntergang stoppen. Ich denke, das ist ein bisschen wichtiger, als die Witzfigur aufzuhalten. Ah, Orin. In diesem Moment tue ich gern so, als würde sie genauso denken. Weil... Wenn du das so ernst nimmst, warum gehst du nicht? Ach, Dana, du hast so recht. Dieses Mädchen aber nervt mich wirklich. Los. Halt sie auf. Du kannst dir sowieso nichts tun. Also solltest du losgehen und sich aufhalten. Okay, Deiner. Lass uns gehen. Diesmal fange ich sie. Und diesmal bringe ich Nina's bollenden Körper zurück. Mir ist vollkommen egal, was Passö vorhat. Was? Ich? Och, come on. Ich muss mitkommen. Ja, wir zählen auf euch, Ariel. Deiner. Genau, los geht's. Ach ja. Und wieder hält die Story an, damit wir irgend so eine Scheiße nebenbei erledigen. Okay. Ah, beamen wir uns mal in irgendeine der Festungen hier und gucken, was da los ist. Feuerfestung. Und rein. Hier brutzelt es schön. Hey, ihr seid doch diese Kirche. Craft Knight Rank. Ach, tja, ich vergesse immer, das sagt uns immer nur. Ah, ja, ja, genau. Okay. Das ist schön. Ich muss jetzt nur abwarten, bis ich große Funken fliegen sehe. Oder bis wir das Haus abfackeln. Das war's eigentlich. Na, warum nicht? Ich habe gut und weiße Geld noch rumfliegen, mit dem ich nichts anfangen kann. Zwei Vortex-Klauen. Aha. Ja, ja. Oder ich könnte einfach heftiger auf meinen Feuerknopf powern und ein paar Mal öfter zuschlagen. Aber trotzdem, danke für die Klaue. Da werde ich schon irgendwas draus machen. So, das war's. Naja, im Prinzip, der Tipp war eigentlich interessant. Aber weitgehend nutzlos. Die Klaue dagegen ist vielleicht nützlicher. Also gut, springen wir zur Donnerfestung. Gucken, was hier los ist. Und rein. Und da, da sind die Robby-Roboters. Ah, ja. Ah, verdammt. Wir haben noch nichts Neues hier. Also muss ich abbrechen hier. Oder ich drücke den falschen Knopf und wir beamen da hin, wo wir nicht hinwollen. Okay. Jetzt heißt es, rausfinden, wo wir hinmüssen. Na, ich klicke mal Select. Und schauen wir mal. Hm, ich habe keine Ahnung, was Passurfer hat. Aber wir müssen zu Borazaks Blumengarten. Los! Ah, sie macht mich richtig krank. Ich werde sie bezahlen lassen dafür. Ah, ich verstehe dich. Aber das ist Ninas Körper, also Vorsicht. Oh, keine Angst. Mach dir keine Sorgen um Nina. Kümmere dich lieber um mich. Ach, die beiden. Also werden sie verheiratet. Jetzt aber zurück. Borazaks Blumengarten. Das heißt... Wasser. Das war Wasser, glaube ich. Genau. Und wir müssen da unten rein. In die Höhle, weil da irgendwo Borazak ist. Aber zwischendurch verhindre ich mal, dass irgendwas passiert. Oh man, 20 Stunden habe ich schon in dieses Spiel gepackt. Ich hoffe, wir sind jetzt nah am Ende. Obwohl ich befürchte, ich muss euch noch etliche Videos antun, bis ich das geschafft habe. Ah ja, jetzt müssen wir uns zu Borazak vorkämpfen. Von der anderen Seite wäre es wahrscheinlich noch weiter. Ah ja. Gott sei Dank habe ich meine Kreissägen-Axt hier. Meine Verteidigung ist inzwischen groß genug, dass ich nicht mal mehr blocken muss. Aber dafür gibt es natürlich auch nicht viele Erfahrungspunkte. Da, wo versteckst du dich, Borazak? Ach, komm an. Da. Ach ja. Mit einer kreisigen, komischen Marionetten verprügeln. Zu welchen neuen Tiefen ich hier sinke. Pff. Klettern wir hierbei noch runter. Ach ja. Ich muss immer mal gucken, ob es hier irgendwo einen Gegenstand gibt, mit dem man die Zufallskämpfe auf Null stellen kann, damit ich in diesen Gebieten hier nicht wieder ständig angegriffen werde. Naja, wenigstens haben wir ein bisschen Erz dazugekriegt für Experimente. Aber toll, jetzt sind wir hier angekommen. Och, komm. Na. Ah. Das ist jetzt eigentlich nur noch lästig. Diese verdammten Selbstmörderviecher. Sowas hasse ich. Normalerweise gibt es genügend Spiele, wo die Viecher von alleine weglaufen, wenn sie jemanden sehen, der total überpowert ist. Aber nein, wir müssen natürlich ein Spiel spielen, wo es oldschool losgeht. Wo alle Angreifer fanatische Selbstmörder sind. Ich meine, guck dir das an. Selbst dieses Riesenvieh kann mir nur einen Schadenspunkt beibringen. Das andere Vieh geht selbst nach einem Treffer schon hin. Ah. Ja, was soll's, wenn's denn hier, wenn sie nicht dazulernen wollen. Sie müssen mal sehen, ich bin von da gekommen, glaube ich. Also müsste ich hier lang. Nein, warte, ich bin von da gekommen. Ach, schwimmen wir hoch. Ah. Na, kommt her. Jetzt hauen wir mal euch wieder was auf die Fresse hier. Kein Wunder, dass ich so viel unnützes Geld langsam ansammle. Wenn ich mich hier durchkämpfe. Hm. Ich meine, ich muss hier eigentlich überhaupt nichts mehr tun. Ab und zu auf den Feuerknopf drücken hier. Die Kinder dann schwiegen unsere Handwerksritter und Ariel hier ihre Kreissägen axt. Und schon ist der Kampf zu Ende. Ah. Oh, nee, Moment, das ist Borgrim. Verdammt. Wer zum Teufel ist da ein Borgsack? Der Kampf ist da ein Borgsack. Der Kampf ist da ein Borgsack. Der Kampf ist das Borgsack. Untertitelung des ZDF, 2020